Chloe, die schlechteste Figur der ganzen Serie. Aber warum ist das so? Unter ihrem selbstbewussten Äußeren wird Chloe als eine unsichere Person dargestellt. Ihr schlechtes Verhalten dient als Schutzmechanismus, der ihr ermöglicht, ihre Schwächen und Ängste zu verbergen. Dies wird auch in der Episode Volles Risiko erklärt. Chloe fällt es auch schwer, sich in die Gefühle und Sichtweisen anderer hineinzufühlen. Sie bedenkt oft nicht die Folgen ihres Handelns wie ihre Mitmenschen. Sie ist eifersüchtig auf diejenigen, die sie für beliebter oder erfolgreicher als sie hält. Insbesondere auf Marinette. Ihr Neid treibt sie dazu, böswillig zu handeln, um ihre Mitschüler zu untergraben. Und sie neigt dazu, ihre eigenen Wünsche und Ziele über alles andere zu stellen. Sie erwartet, dass andere auf ihre Bedürfnisse eingehen und wird oft wütend, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es will.